Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Ich genieße gerade mit Heinrich den Blick hier von oben, von der Burg auf das Örtchen Teilenberg. Wir sind hier noch in diesem Unterdorf und ich hatte so ein bisschen spekuliert, ob ich nicht jetzt mal versuche, diese Sache mit den Wappenröcken anzugehen. Wir haben da gemeinsame Interessen, würde ich sagen, mit dem Müller. Auch wir haben irgendwie noch so eine Revanche-Gefühle und können das gut verstehen, dass er da Ähnliches möchte. Allerdings, ich habe mir mal angeschaut, ich habe nur noch einen Dietrich, wie man hier gerade sieht. Und ich weiß gar nicht, man verliert die, glaube ich, wirklich jedes Mal, wenn man scheitert irgendwo. Wir müssen noch mal welche kaufen und wenn ich mich recht entsinne, dann gab es hier bei Votava Dietrich. Schauen wir noch mal. Gelobt sei Jesus Christus. Können wir handeln? Wenn du Geld hast? Ja, natürlich habe ich Geld. So, okay, tatsächlich, es gibt Dietrich hier. Zehn Stück an der Zahl, die sind recht teuer. Wie viel haben wir? 143. Können wir uns leisten, aber wir gucken mal, vielleicht können wir auch noch was verkaufen. Der hat übrigens auch eine Schatzkarte. Ich würde sagen, ich werde mir mal langsam notieren, bei welchem Händler es Schatzkarten gibt. Das ist doch irgendwie eine Freude, nach und nach diesen ganzen Sachen nachzugehen. Ich denke mal, auch so eine Investition von 110 lohnt sich dann am Ende. So, aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Ich habe es mir nur notiert. Ich würde mal sagen, ich kaufe mal hier vier Dietrich hier vielleicht ein. Ich weiß nicht, ob die bei den Müllern billiger sind. Aber wer weiß, wie viel wir hier brauchen. So, verkaufen will ich auch was. Ich gucke mal kurz. Die Dornenkeulen, die können wir hier verkaufen. Das ist gut. Den Spitzfall, den wollte ich schon lange immer mal verkaufen. So, bei den Sachen, die Bunttaube brauchte ich, glaube ich, selbst auch nicht. Der hatte nur einen gewissen Wert. Dann, ah ja, die Leiseträter. Die müssen wir übrigens unbedingt anziehen dann jetzt. So, und dann haben wir, na, den Rest behalte ich hier mal. Das sind schöne Sachen. Aber wir haben ganz viele Verbände wieder. Ich glaube, die können wir auch noch ein bisschen zu Geld machen. So viele brauchen wir bisher nicht mal ansatzweise. Okay, soweit dazu. Dann lasst uns ein bisschen feilschen. Reden wir über den Preis. Warum nicht? Genau. 40 möchte er haben. Und dann, ja, 30. Ist das genug? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Okay, 35. Wir können nur bei 35 dann... Mit der Summe kann ich leben. Das ist in der Tat in Ordnung. Okay. Dann lasst uns hier nochmal ein bisschen anders uns ausrüsten. Ich würde mal sagen, wir legen die Armschienen ab. Die machen uns nur laut. Und wir legen unbedingt die Leiseträter an. Und damit haben wir Geräusche 19, was hervorragend ist. Und jetzt die große Frage, wo sind die Dinger? Da war wieder im Questlog von der Rüstkammer die Rede. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, das ist genau das Ding, wo wir hier das letzte Mal schon versagt haben. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Glück. Was macht er denn da? Geht er da echt rein? Schaut nach dem Rechten. Oha. Hier hinten war auch gerade jemanden. Jemand? So, wir müssen mal warten, bis er da raus ist. Scheinbar macht er hier immer so einen Gang. Gut. Der ist auch gerade nicht in Sicht. Versuchen wir mal unser Glück. Keine Ahnung. Ich sollte jetzt aber unbedingt mal schleichen. Privater Bereich ist erstmal soweit okay. Gut. Hier ist eine Truhe. Schauen wir hier mal. Sehr leicht. Okay. Dann versuchen wir unser Glück. Gut. Die haben wir. Was finden wir hier? Alles mögliche. Waffen. Oh ja, schaut mal. Hier finden wir sogar ein Schwert, das möglicherweise besser ist. Ein Kurzschwert. Agilität 2. Ritterjagd. Schwert. Agilität 6. Ich glaube, wir haben noch gar keine Agilität 6. Bin mir gar nicht so sicher im Moment. Lasst uns... Hm. Ist natürlich relativ wertvoll, aber auch relativ schwer. Lasst uns das Großvater Schwert nehmen. So, aber jetzt das eigentlich Interessante. Was haben wir hier? Eine gepolsterte Bunthaube. Das glaube ich... Ne, das haben wir schon. Die Jagdhandschuhe sind immer sehr wertvoll. Und wir haben einen roten Wappenrock. Ich weiß nicht, ob das das ist. Oh, schaut mal. Lackenschutz ist auch interessant. Ne. Gut, Leute. Das war, glaube ich, noch nicht. Also, das reicht noch nicht. Hm. Warte mal. Hier hoch geht's. Da war noch was. Aber hier runter geht's auch. Ich hoffe, da lauert niemand. Auf jeden Fall müssen wir super leise sein. Okay. Was haben wir hier? Sehr schwer. Und schwer. Versuchen wir unser Glück. Wir haben es schon mal mit schwer geschafft. Wir haben es schon mal geschafft. Wo finden wir den Punkt? Na? Hier war er irgendwo hier. Okay. Also genau an der Spitze hier. Ja. Ui, ui, ui. Jawohl. Geschafft, Leute. So. Ha. Wappenrock für Woizek. Da haben wir es. Hervorragend. Die nehmen wir mit. Wiegen sogar nichts. Alles andere brauchen wir, glaube ich, nicht. Die Bögen lassen wir mal hier. Davon haben wir auch genug. So, Leute. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir bloß schnell hier noch verschwinden. So, jetzt kommt nicht gerade irgendjemand rein. Dummdi-dum. Schnell weg. Und. Jo. Haha. Sehr schön. Tada. Okay. Dann würde ich sagen, sei gegrüßt. Verschwinden wir mal schnell hier aus der Burg. Und das war die Rache gewissermaßen. Für unsere erste fehlgeschlagene Aktion. Lasst uns fliehen. So. Und dann unser Pferdchen. Das ist ja mitgekommen. Genau. Das haben wir mit dem Schimmel mitgeführt. Auch wenn es nicht zu sehen war. So. Und jetzt mal überlegen, wo begeben wir uns jetzt hin. Wir werden natürlich jetzt zum Müller wollen. Das ist klar. Um die Sache, um Erfolg zu melden. Der war ja hier. Genau. Im Prinzip könnten wir genau den gleichen Weg wieder einschlagen, wie beim letzten Mal. Diesmal könnten wir aber in Ledetschko Halt machen. Vielleicht gibt es da auch, da wird es sicher auch eine Kneipe geben und eine Herberge. Da könnten wir vielleicht übernachten. Denn es ist schon relativ spät. Um 17 Uhr. Also das wäre jetzt der Plan. Dass wir erstmal vielleicht Ledetschko vielleicht ein bisschen kennenlernen. und dann von dort aus am nächsten Tag zum Müller reiten. Und dann unser großes Ziel natürlich zurück nach Ratai. Weil ich dort schon auf meinem geistigen Zettel so viele Dinge habe, die ich da tun will. Das wird wirklich Zeit, dass wir mal wieder da zurückkehren. So. Ich hoffe, die sind jetzt nicht... Nö. Warum sollten sie uns irgendwie durchsuchen? So, die Richtung ist Süden. Wir reiten, denke ich mal, diesmal nicht an der Mühle vorbei. Ich glaube, dass ich dann hier richtig bin. Oh Gott, die arme Frau. Okay. Reiten wir mal den Weg lang. Sieht ganz gut aus. Süden. Na, ich würde mal sagen, bei der nächsten Kreuzung schauen wir nochmal auf die Karte. Was ist hier eigentlich? Achso, das ist nur so ein Baumstamm. So, hier ist eine Kreuzung. Wo sind wir jetzt? Hier links wäre es falsch, würde ich mal sagen. Also geradeaus hier. Und da dann aber irgendwie rechts runter, immer straight, Richtung Süden nach Lidetschko. Alles klar. Nächste war dann auch rechts, wenn ich mich nicht täusche. Den Weg kennen wir noch gar nicht. Ach, wisst ihr was? Das möchte ich jetzt wirklich straight einhalten. Immer wenn ich unterwegs bin, möchte ich mich vernünftig ausrüsten. Übrigens, Großvater ist altes Schwert. Das können wir uns jetzt auch nochmal genauer angucken. Wir haben Agilität 3. Also war ganz gut, dass wir das genommen haben. So, die Sachs, das Sachs brauchen wir nicht mehr. Rüstung, genau. Also wir werden jetzt mal hier ordentliche Rüstung anlegen. Was ist eigentlich besser? Die olivfarbenen Beinlegen oder die braunen? Die olivfarbenen haben eine bessere Rüstung. Die braune haben weniger Geräusche. Gut, die edlen Schuhe ziehen wir an. Die Bunthaube, die Beckenhaube. Ja. Die Jagdhandschuhe, das ist egal. Und den Nackenschutz könnten wir jetzt eigentlich auch mal anlegen. Wobei, ja, gut. Doch, ist glaube ich nicht schlecht. Und den Wappenrock? Ah, nee. Den glaube ich können wir verkaufen. Gut. Achso, die Rüstung nicht vergessen. Genau. Okay, jetzt sind wir zumindest vor Überraschung gefeit. In der Stadt möchte ich mich dann immer umziehen und schick machen. So, in etwa lautet der Plan. So, was haben wir hier rechts? Jetzt, das ist die Mühle. Wir müssen, glaube ich, jetzt links lang. Dieses Automatikreiten, das gefällt mir dahingehend nicht, weil das sehr so wackelig ist. Das nervt mich ein bisschen. Falsch. Okay, eigentlich müssten wir geradeaus. Ist da ein Weg runter? Ah, tatsächlich. Sehr gut. Okay, ich erinnere mich. Hier sind wir, glaube ich, schon mal lang geritten. Das ging jetzt sehr... ...verworren... ...kleine Pfade entlang. Mal gucken, ob ich mich ungefähr erinnere an den richtigen Weg. Bin ich noch richtig? Schaut mal, hier geht es runter. Ich meine mich zu erinnern, dass wir da hochgekommen sind. Ja, sieht richtig aus. Okay. Also, vorsichtig hier diesen schmalen Pfad zwischen den Bäumen. Wen haben wir da? Da haben wir mal wieder einen Wanderer. Ich versuche ja immer mal wieder mit den Wanderern irgendwie ins Gespräch zu kommen. Aber die wollen alle nicht mit mir reden. Wie sieht es mit dir aus? Ebenfalls nichts. Wir können sie nur bestehlen. Hm. Lohnt es sich überhaupt noch anzuhalten bei denen? Könnt ihr mal schreiben, ob es auch Wanderer gibt, mit denen man sprechen kann. Das würde mich wirklich mal interessieren. Wenn nicht, dann würde ich nicht mehr anhalten. Dann sparen wir in der Hinsicht ein bisschen Zeit. So, jetzt geht es dieses schöne Tal hinunter. Dass wir ja auch schon mal raufgeritten sind. Oh, warte, 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 was hier passiert? Ist das ein Hinterhalt? Hallo? Ein Unfall. Eine Dorfbewohnerin. Ist hier jemand? Ich meinte, was ist da hinten überhaupt merkwürdiges? Schaut mal. Was macht man jetzt in so einer Situation? Jetzt mal ernsthaft. Hier hat hier jemand gelagert. Interessanter Ort entdeckt. Was ist das denn bitte? Ein kleines Wasserrad? Was so eine komische... Guck mal. Was so ein Mechanismus antreibt. Aber wozu soll dieser Mechanismus gut sein? Die das irgendwie dem Fisch fangen? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Eine Batterie gab es hier noch nicht. Also das ist echt ein bisschen merkwürdig. Interessanter Ort. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch was. Und die Frage ist, hat das was mit der Leiche dort zu tun? Hier fällt mir weiter nichts auf. Hier ist noch so eine komische Art Reuse. Hier sind Blutspuren. Also hier ist irgendwas geschehen. Tja, ich würde mal sagen, wir suchen mal die Frau. Vielleicht finden wir Hinweise. Überleg lieber zweimal, falls du was Böses im... Was machst du da, du Mörder? Äh, ich bin kein Mörder. Ich habe niemanden umgebracht. Die Leiche lag schon hier, als ich herkam. Ich habe gesehen, wie du sie bestohlen hast. Äh, ich habe mir die Wunden angesehen, genau. Das können wir ja sogar. Ich wollte nachsehen, ob ich vielleicht noch helfen kann. Aha, hast du was herausgefunden? Da war leider nichts mehr zu machen. Na schön, du scheinst doch unschuldig zu sein. Gut, dass du es einsiehst. Und was hast du hier eigentlich gemacht? Was meinst du damit? Tja. Es wäre besser für dich, wenn du gestehst. Wir hatten Erfolg, aber sie sagt nichts. Hm. Ich weiß, was geschah. Ich werde die Straßen nicht Banditen überlassen. Oh, wirklich? Eines verspreche ich dir. Wenn du versuchst, mir etwas anzuhängen, wird die ganze Formaledeite Provinz davon erfahren. Ah, Gott. Wollen wir diesen Ärger? Ich meine, wir sind, glaube ich, in dieser Hinsicht opportunistisch. Sieht auch nicht, irgendwie hat sie irgendwelche Indizien, blutige Hände oder sowas. Ist vielleicht auch nur so, wie wir vorbeigekommen. Merkwürdige Begebenheit. Also wirklich. Hm. Und vor allem auch dieser Ort ist auch ein bisschen merkwürdig. Na gut, wir reiten mal hier vorsichtig vorbei. Aufheben werden wir sie jetzt nicht. Aber vielleicht können wir, ja, an dem Ort, wo wir jetzt hinreisen, hey, hinreiten oder reisen, vielleicht können wir da Bescheid geben. Dem örtlichen Vogt oder so. Da muss man also höllisch aufpassen, wenn man da Tote durchsucht. Es gibt offenbar immer irgendwelche Leute, die einen da reinlegen wollen und ihr eigenes Süppchen kochen. So scheint es zumindest. Ich hätte mich gefragt, ob sie jetzt hier irgendwie, ja, von uns Geld haben will oder so, wenn sie uns jetzt nicht geglaubt hätte. Ist also wirklich ein bisschen merkwürdig, diese Sache. Ich meine, sie scheint ja wirklich davon überzeugt zu sein, gewesen zu sein, dass wir es waren. Sonst hätten wir sie nicht überreden können. Wenn das sowieso nur eine Fake-Aktion gewesen wäre, dann hätte auch unsere Überzeugungskraft vielleicht keine Rolle mehr gespielt. So, egal. Wir sind jetzt hier in diesem schönen Ort an einem wunderbaren Abend. Und ich würde mal sagen, wir erkunden den Ort erstmal ein bisschen, was es hier alles so gibt. Reiten wir vielleicht mal überall mal durch, gucken. Also, hier haben wir ein Fleischer. Mal ein bisschen reingehen hier. So, das heißt, hier auf der Straße sind zwei Sachen hier runter. Hier hinten ist noch eine Sache. Und hier drüben auf der anderen Flussseite. Ja, interessanter Ort. Okay, reiten wir erstmal ein bisschen geradeaus. Gucken, was da so los ist. Gut, hier ist ein... Ein Schneider ist hier. Oh! Das ist praktisch. Aber der Schneider war... Das war eben ein Händler, ne? Das war eben kein Schneider. Aber den haben wir ja schon gesucht. Das ist ein Thema. Diese Klöppelunterhaltung, die kennen wir glaube ich schon. Gut, hier scheint nichts weiter zu sein. Beim Händler werden wir sicher auch nochmal vorbeigucken. Hier ist der Schneider. Dann würde ich sagen, schauen wir... Also hier... Ah, sehr gut. Hier können wir nachher unser Spielchen machen. Und übernachten. Bier trinken. Das sieht doch alles hervorragend aus. Unterkunft. Wunderbar. Hier ist ein Badehaus. Auch das nett. Ich weiß bloß nicht, ob wir genug... Ah, wir brauchen mehr Geld, Leute. Wir müssen irgendwie ein bisschen an Geld kommen. Hier ist zum Beispiel eine Gelegenheit, an Geld zu kommen. Hier gibt es einen Schießstand. Sehr gut. Da können wir vielleicht nochmal einen Wettbewerb machen. Bei Zeiten. Aber was denn hier... Achso, hier hängen die einfach nur ihre Wäsche auf. Die sie hier im Fluss waschen. So, und was ist hier drüben? Warte mal, Leute. Ist da hinten etwa ein Gerber? Das sieht ganz so aus. Das heißt, wir können endlich unsere ganzen... Die Häute da, die Felle und was wir da haben. Das können wir ja endlich verkaufen. Das ist ja äußerst praktisch. Sehr schön. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir das in der Satteltasche. Insofern müssen wir ein bisschen umdisponieren. Halt, hier war es ja. Einen Knüppel, den könnten wir eigentlich auch nochmal bei Zeiten verkaufen. Nehmen wir den schon mal mit. Ins Inventar. Und diese ganzen Leder... Sachen. Okay. Jetzt sind wir sicher schwer... Ja, wir sind überladen. Aber ich hoffe mal, dass wir das hier beim Gerber verkaufen können. Was zur Hölle war das? Ja, ich war das. Ich wollte mit dir reden. Guten Tag. Ebenso. So, kaufen können wir bei ihm Leder. Klar. Und verkaufen. Jetzt wird es interessant. Können wir manchmal den Knüppel verkaufen? Tatsächlich. Wir können sogar bei ihm den Knüppel verkaufen. Und die Sachs, die brauchen wir ja auch nicht mehr. Ja. Wobei, ich weiß gar nicht. Doch, man kann damit kämpfen, mit dem Schwert, ne? Auch wenn es gestohlen ist. Wird ja sicher nicht mitten im Kampf jemand sagen, ey, das hast du geklaut. Du darfst damit nicht kämpfen. Dann verkaufen wir die Sachs. So. Rüstung. Haben wir hier eigentlich auch noch was zu verkaufen? Er scheint ja hier alles anzunehmen. Ich glaube, das hatten wir das letzte Mal schon geprüft, ne? Ach so, doch. Einmal Jagdhandschuhe. Dann verkaufen wir die schlechteren. Also die... Da brauchen wir... Sparen wir einmal reparieren. Gut. Den Rest behalten wir. Und jetzt kommt es drauf an. Hier haben wir sie. Hirschleder. Sehr gut. Beide. Hundeleder. Ich sortiere mal hier nach Wert. Vielleicht finden wir das eher dann. Wildschweinleder. Wunderbar. Pferdeleder. Das war's, glaube ich. So, prima. Warenkorb prüfen. Und feilschen. 113. Oh, das hat sich jetzt richtig gelohnt. Besprechen wir den Preis. Ist gut. Ist gut. So, 115 ist sogar der Ausgangspunkt. Dann versuchen wir mal... Sind wir jetzt mal ein bisschen draufgängerisch. Versuchen wir mal auf 130 zu kommen. Wie wär's damit? Na dran. Geh noch ein bisschen runter. Und Hand drauf. Ja. Komm, treffen uns hier in die Mitte. Weil du's bist. Weil du's bist. Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Na gut, er will nicht. Mit der Summe kann ich leben. So, sehr schön. 120 verdient. Was mir dabei wieder einfällt. Ich, äh... Muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich mich wirklich dann immer entsprechend umziehe. Also wir... Ziehen die Jagdhandschuhe an. Die Steppjacke. Wir legen die Hauben ab. Den Nackenschutz. Wir wollen hier in den... In der Stadt schon ein bisschen besser aussehen. Ja, den verzierten roten Wappenrohr. Ich meine, der bringt Charisma, ne? Der bringt mehr Charisma als der... Der Scarletzer. Kommt, das... Obwohl eigentlich unsere schöne... Wo ist unsere Steppjacke? Die haben wir gar nicht an. Genau. So, damit sehen wir wieder gut aus. Sehr schön. So können wir hier rumlaufen. Also, Geld haben wir gemacht. Wie viel haben wir jetzt? 228. Damit lässt sich doch schon arbeiten. Was haben wir da? Da drüben ist noch irgendwas Interessantes. Ah, ein Schmied ist hier. Gut, prima. Ein Schmied und ein Schleifstein. Den habe ich auch noch nie benutzt. Mal sehen, braucht man auch noch nicht. Wir kämpfen ja nicht allzu viel. So, was ist hier? Wir können... Oh, wartet mal. Brauchst du Hilfe? Plagt dich etwas? Plagen wäre zu viel gesagt, Jungchen. Hab bloß was über den Schmied aus Sarsau-Leuten gehört, was mir den Schlaf raubt. Was denn genau? Das heißt, er murmelt Zaubersprüche, wenn er seinen Stahl härtet und dass der unzerbrechlich wird. Okay. Zauberei, um Stahl zu härten? Klingt für mich nach dem Geschwätz alter Weiber. Aber wenn's doch alle sagen. Das heißt, er murmelt dauernd bei der Arbeit. Und erwischt ihn, wer dabei hört er auf und guckt schäl. Vielleicht betet er bloß. Irgendeine Hilfe bekommt er. Sei es jetzt aus dem Himmel oder von viel weiter unten. Na, wenn's dich so stört, dann geh der Sache nach. Das sagst du so leicht. Musst zu viel arbeiten. Und überhaupt, kann er nicht einfach so rumschnüffeln. Der wird mir nix erzählen. Und, äh, wie könnte ich dabei helfen? Kinderleicht. Geh hin und finde raus, ob an der Sache was dran ist. Na ja, Fragen kostet nichts. Nur plappern nicht direkt was von Hexerei. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Genau. Gut, gut. Und was Sorgen angeht, es soll nicht ein Schaden sein. Wenn du weißt, was Sache ist, werde ich's dir vergelten. Okay. Das scheint doch eine sehr leichte Art, ein bisschen Geld zu verdienen, wenn ich das richtig verstanden hab, dass er uns das vergelten will. Zumal wir auch selbst irgendwie ein bisschen was mit dem Schmiedehandwerk anfangen können. Also gut. Ich sehe mir an, was an der Sache dran ist. Gut, aber fall nicht mit der Tür ins Haus. Blamier dich da nicht. Oder mich. Mach dir mal nicht so viel Sorgen. So. Okay. Wir gucken aber jetzt mal, was können wir denn bei uns reparieren. Schaut mal. Spiel gespeichert. Okay. Die Armschienen könnten wir reparieren. Kosten elf. Können wir das auch selber machen? Wenn wir das entsprechende Zeug dafür haben. Wir gucken mal, was er überhaupt hat. Oh, schaut mal. Er hat hier einiges anzubieten an Waffen, an Schilden. Ja, ich meinte so ein Schild. Wenn wir jetzt wirklich ein Schwert haben, würde sich vielleicht auch ein Schild lohnen, mit dem wir nebenbei so ein bisschen kämpfen können. Das scheint ja hier im Moment noch sehr günstig zu sein. Das ist natürlich ein sehr einfaches Schild. Ich würde mal sagen, warte mal, Charisma 8. Das ist natürlich verdammt schwer. Das belastet uns ziemlich, wenn wir das mitnehmen. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, eigentlich so unterwegs möchte ich das ungern bei mir haben. Aber ich meinte, in kriseligen Situationen können wir das ja in der Satteltasche haben und dann ausrüsten entsprechend. Nehmen wir das mal mit. Nehmen wir das mal in den Warenkorb. So, Rüstung hat er auch hier alles Mögliche. Interessante, bessere Hauben. Aber ich will mich jetzt hier nicht noch mit schwerer Rüstung im Moment abschleppen. Hufeisen gibt es hier übrigens auch. Wow, die sind richtig teuer. Ja, okay. Und es gibt... Ah, schaut mal, es gibt auch ein Rüstungsset. Nicht nur ein Schmiedeset. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Wenn ich mich recht entsinne, das werden wir hier auch noch mal kaufen. Okay, in den Warenkorb. Eins davon bitte. Und Prüfin 80. Gut, dann lasst uns es feilschen. Lass uns über den Preis sprechen. Hm, ist gut. Okay. Ich finde heraus, was es mit der sogenannten Hexerei des Sarsauerschmieds auf sich hat. Ja, das ist dieses alte Quest. So, wie weit gehen wir runter bei 81? Gehen wir mal auf 72. Einverstanden? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Ja, er ist aber noch ganz gut drauf. Manchmal kann man so einer Schritte gehen, manchmal nur fünfer Schritte. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Gut, die Sache hätten wir. Und jetzt nutzen wir das gleich mal. Das Rüstungsset. Anwenden. Armschienen. Ja, sehr schön. Sind die jetzt repariert etwa? Haben wir das hingekriegt? Tatsächlich. Oh ja. Ja, dadurch spart man hoffentlich ein bisschen Geld, wenn man das auf diese Art und Weise macht. So, jetzt wollte ich aber noch das Schild irgendwie einstecken. Ach nee, wir haben es gekauft. Hatten wir das jetzt gekauft oder nicht gekauft? Ach, das läuft bei Unterwaffen. Alles klar. Das tun wir erstmal in die Satteltasche, damit wir nicht so voll bepackt sind. So, dann haben wir das hier auch. Dann haben wir, glaube ich, hier nur noch einen unterdeckten Ort. Das war aber die Kneipe. Ne, die Kneipe ist hier. Was war das denn? Das war der Händler, glaube ich. Der ist uns nicht angezeigt worden. Und hier oben ist noch etwas Interessantes. Und hier, aber das war das Badehaus. Das wissen wir jetzt auch schon. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal folgendes. Wir werden... Hm, es ist jetzt wirklich schon spät. Die Sonne geht unter. Wir müssen uns hier nicht stressen. Wir werden jetzt, glaube ich, mal zum Wirtshaus reiten. Vielleicht mal mit dem Wirt uns unterhalten. Bezüglichen Ruhigkeiten. Äh, ein Zimmer uns nehmen und dann ein kleines Spielchen machen. Und dann beschließen wir auf diese Art und Weise den heutigen Tag. So, hier können wir noch kurz ran reiten, dass wir das auch aufgedeckt haben. Ja, das Badehaus. Das machen wir bei Gelegenheit auch mal, aber ich glaube eine Ratei. Und wir kriegen jetzt den Service der Bademädchen umsonst. Weil wir so ein alter, schwerer Mütter sind. So, jetzt bin ich hier vorbeigeritten. Ähm, nee. Quatsch. Hier war es ja. So. Wen haben wir denn hier? Die Leditschkor-Schenke haben wir gefunden. Sehr schön. Da wartet er schon auf uns. Und wir sitzen zwei und trinken im Gleichklang. Der alte Thomas. Und ein Dorfbewohner. Auch eine Dorfbewohnerin. Hier kann man sich selbst bedienen. Und das scheint der Wirt zu sein, oder? Reden wir mal mit ihm. Glück und Gesundheit. Was gibt es Neues in der Gegend? Ah, du weißt schon. Irgendwas ist immer. Besonders in der Mühle. Dort vergeht keine Woche ohne Ärger. Aber ich hab die Tunichtgute beobachtet. Immer wenn sie etwas im Schilde führen, besprechen sie sich da in der Ecke und hätten irgendwas aus. Gestern zum Beispiel. Und da ist noch etwas. Da fällt mir ein, Ich hab Kunhuta schon ein Weitchen nicht gesehen. Die hiesige Kräuterfrau. Sie kommt einmal die Woche auf einen Krug Bier. War aber schon lang nicht mehr da. Ich hoffe, ihr ist nichts zugestoßen. Ach, übrigens. Bozek veranstaltet bei uns einen Bogenschießwettbewerb. Wenn du dir ein paar Groschen verdienen willst, geh zu ihm und mach mit. Unbedingt. Da bin ich dabei. Okay, jetzt haben wir ja gleich drei Sachen gehört von ihm. Das ist ja interessant. Wir werden uns aber erstmal einen Schlafplatz gönnen. Hast du ein Bett für die Nacht? Aber ja. Für wie lange? Nur die eine Nacht. Gut. Aber gib mir ein paar Münzen vorab. Sind schlimme Zeiten. Hier, dein Geld. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Alles klar. Wo ist mein Bett? Wo kann ich schlafen? Das ist leicht. Sobald du reinkommst, ist am Ende des Raumes zur Linken eine Tür, die zur Schlafkammer führt. Dort ist bereits alles für dich vorbereitet. Wunderbar. Vielen Dank. Sehr schön. Ja, prima. Dann ist erstmal die Nacht gesichert. Oh, hier sind noch ein paar andere Leute dazugekommen. Ach, schaut mal. Hier ist der Vogt. Auf gute Gesundheit. Aber leider können wir nicht mit ihm reden. Dann lasst uns ein Spielchen machen. Das sind jetzt die ganzen Dorfbewohner, die hierher kommen. Ja. Wer ist sie? Mir! Okay. Ab jetzt endet sozusagen der offizielle Teil des Videos. Ab jetzt wirklich mache ich nur noch diese Runde. Und ja, insofern, wenn er das nicht interessiert. Der kann mit gutem Gewissen aufhören. So, wir wollen natürlich alles wieder geben. Ich frage mich, ob es auch Spieler gibt, bei denen man mehr bieten kann. Na gut. Wollen wir mal schauen, ob wir Glück haben. Wieder. Wie so oft. So, das sieht man ja gar nicht. Boah, wir haben drei Fünfer, wie es aussieht. Aber drei Fünfer sind Mist. Glaube ich, ne, oder? Ne, drei Fünfer sind 500. Sind doch kein Mist. Was erzähle ich da? Ja, riskieren wir es? Komm, wir riskieren mal was. Würfel, Punkten und Fortfahren. Mal gucken. Ganz schön viel, was wir hier riskieren. Ja, wir haben noch zwei Fünfer. Ne, und sogar... Oh, ist ja fantastisch. Da, zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Punkten und passen. Ach ne, konnten wir jetzt eigentlich fortfahren? Wir konnten, glaube ich, fortfahren, ne? Ei, 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 ei. Ah, da habe ich einen Fehler gemacht. Hm. Seht ihr, man kann fortfahren, wenn man alle weggenicht hat. Naja, ich habe 700. Das war's. Aber er ist auch gut. Er hat auch schon seine 700. Verdammt. Verdammt. Ha! Null hat er. Okay. Sehr gut. Da haben wir ja nochmal Geschwein gehabt. So. Jetzt könnte man direkt auf Nummer sicher gehen. Das bringt uns 300. Komm, ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Punkten und passen. Warum jetzt riskieren, wenn wir so weit vorne liegen? Das war's. Aber jetzt wird's was. Aber jetzt wird's was. Na, jetzt hört er auf, ne? Er macht weiter mit einem Würfel. Und hat echt Glück, ey. Vorbei. Geht aber raus. So, wir machen gemütlich mit einer Eins weiter, würde ich sagen. Punkten und fortfahren. Genau dasselbe nochmal. Ei, ha! Ja, hervorragend. Jetzt könnten wir Punkten und fortfahren, oder? Das würde, glaube ich, gehen. Lasst mal machen. Will ich mal ausprobieren. Tatsächlich. Es geht. Wir brauchen nur noch 150 Punkte. Das wird doch wohl drin sein, oder? Los, kommt. Ich mache ich Punkte und fahre fort. Jetzt riskieren wir alles. Jawoll! Haha, sehr schön. Okay, wunderbar. Das war's. Punkte noch passen und wir haben's. 2950. Ja, eigentlich müsste es da noch das Doppelte geben. Tja, jetzt haut er ab. Total frustriert. Okay, liebe Leute, wie versprochen, mehr passiert hier heute Abend nicht. Jetzt geht er da hin und trinkt erstmal ein. Ja, und wir... Mal gucken, ob drinnen noch was los ist. Ansonsten legen wir uns hin. Und dann haben wir morgen doch hier noch ein paar Sachen zu erledigen und zu schauen. Vielleicht auch noch zu kaufen. Zum Schneider wollen wir. Vielleicht noch den Bogenschussbewerb. Also einiges hier zu tun. Also bis dann. Macht's gut, euer Steinball.